hi herzlich willkommen zu die filmanalyse heute mit die hochzeit von til schweiger und ich bin aus dem film gerade gekommen und der hat mir einfach gut gefallen und ich habe einfach jetzt auch gedacht ich richte mich jetzt hier auch so ein bisschen so ein wie einem til schweiger film damit man sich das auch einfach bisschen besser vorstellen kann also wie so ein film aussieht weil das ist ja immer ganz schwer so mit worten zu beschreiben und da habe ich gedacht ich mache selbst mal kerzen an und verteile bisschen stroh und ein paar blumen und so und mache so ein bisschen romantisch das ganze und das ist jetzt also der film die hochzeit und das ist auch wieder ein guter film wie auch schon klassentreffen und bei klassentreffen 1.0 da war es ja so dass da die drei freunde also der til schweiger samuel finzi und milan pechel und noch die tochter vom til schweiger die fahren ja zusammen zu einem klassentreffen und jetzt geht es in dem film um eine hochzeit und was ich jetzt auf keinen fall machen will ist jetzt so eine kritik machen weil ich finde das ist meistens auch so negativ so kritik da muss man immer irgendwie was zu bemäkeln haben und so und ich will einfach mal erzählen was mir an dem film gefallen hat und was auch so die geschichte ist weil die ist wirklich wahnsinn was die sich wieder alles ausgedacht haben und ich will auch nicht so eine analyse machen weil das ist auch dann oft so überinterpretiert ja dann dann wird dann irgendwie bei dem letzten film gesagt dass der til schweiger frauenfeindlich ist und ich meine der til schweiger hat immer wieder auch neue freundinnen und so also der kann gar nicht frauenfeindlich sein deswegen finde ich das dann auch blöd wenn man dann sagt so so ein film ist dann frauenfeindlich naja ich will mal sagen worum es geht also es gibt natürlich die tochter wieder also das ist ja til schweigers echte tochter im film ist das hat die tochter von der zukünftigen von til schweiger die heiraten möchte und die hat auch aber jetzt mal so ein drama weil die hat den besten freund und der hat sich in die verliebt und der hat aber eigentlich noch eine freundin hat gerade mit der schluss gemacht und dann knutscht er die lily heißt die ja knutscht die am see und das ist ein ganz tolles bild mit so einem panorama so ein schöner see wie man sich das vorstellen kann und gerade in dem moment dass das so unglaublich wenn der die küsst dann kommt die ex an und dann sieht die das und die ex ist aber auch mit der lily befreundet und dann haben die halt so ein drama da und das geht aber dann auch immer wieder so den ganzen film und das dauert halt auch bis das mal wieder so bis da die wogen geklettet sind aber so das eigentliche ist natürlich mit den männern also da ist dann der til schweiger der will heiraten und er ist ja dj und er hat jetzt ein neues album rausgebracht und das bekommt ganz schlechte kritiken und da sieht man halt auch wieder wieso kritiker sind die schreiben dann alles nieder obwohl der eigentlich mit dem album mal so ein liebes ding machen wollte der wollte einfach auch mal seine gefühle beschreiben und da da leidet der halt drunter und dann gibt's den milan pechel der hat auch ein problem der versteht sich ja gar nicht mehr mit seiner frau der ist auch so super aggressiv und der sagt dann auch dass er eigentlich keinen sex mehr haben will und aber erst sieht man den noch mal und das finde ich auch so schön dass der film auch mal so moderne sachen somit aufnimmt man sieht den dann beim speed dating so wie der immer wieder an einem neuen tisch sitzt und dann sich mit einer frau unterhalten das aber dann nie so funktioniert und das ist das ist auch witzig der bekommt auch dann noch so eine gewinn benachrichtigung von einem preisausschreiben der hätte 62 millionen gewonnen und so und dann müssten dann die freunde dem erst mal sagen dass das halt fake ist ja und das auch dann auch eine unglaubliche szene so und dann gibt es ja noch den samuel finzi und der hat vielleicht das größte problem in dem film nämlich die frau von dem die hat mit einem freund von denen dreien gebumst ja und das weiß der aber erst nicht und das kommt dann irgendwann raus und der denkt erst gar nichts und warum reden die alle so komisch und ich habe mir das jetzt auch mal hier zum teil aufgeschrieben weil das ist so viel handlung und naja und dann hat dann hat die also mit dem gebumst und der findet das dann raus und die sind dann gerade so unterwegs abends und treffen sich mit dem freund und das schöne ist dass man jetzt auch hier mal musik dann viel hört im film dann gibt es dann jenseits von eden vom nino de angelo ti amo vom howard carpendale und santa maria vom roland kaiser und ohne dich schlafe ich heute nacht nicht ein ist ja auch sehr romantisch von der münchner freiheit das passt nicht so ganz zu den bildern aber ich finde es einfach schön die lieder mal wieder zu hören man freut sich auch und am radio wenn die kommen und dann ist doch auch gut wenn die man so einem film vorkommen naja auf jeden fall erfährt er das dann dass da betrogen wurde und jetzt will der den typen zur rechenschaft ziehen und der hat sich aber auf der toilette da eingeschlossen in dem lokal und dann wollen die den da rausholen und der und der ist richtig aggressiv aber dann stirbt der auf der toilette der typ der stirbt einfach so und das natürlich dann erstmal peinlich so und dann kommt auch der notarzt wagen und so und dann liegt dann auf so einer transport liege und dann fährt die noch mal dem samuel finzi so über die füße und das sind einfach so so ganz viele einfälle die es immer wieder gibt und das ist auch so ein moment dann da lacht man auch einfach im saal und irgendwie alle lachen naja und jetzt gibt es halt das problem eigentlich geht es ja um die hochzeit aber jetzt ist der freund gestorben und trotz allem wollen die jetzt zu der beerdigung und die ist jetzt ein tag vorher und da müssen die dann halt raus aufs land zu dieser beerdigung und die fahren da mit der g klasse dann hin und das ist ja auch ein schönes auto und so und ich finde da muss man jetzt auch nicht immer mit klima und so ja es ist einfach auch für die ja praktisch die sind ja dann zu viert weil die lilly fährt ja auch noch mit und die fahren dann halt zu der beerdigung und dann sitzen die erst mal in der falschen beerdigung drin und dann hat der samuel aber noch so eine idee nämlich der hat irgendwie so denkt der hat bestimmt der die frau betrogen hat der mit denen mit der frau betrogen hat der hat bestimmt so ja also ihr wisst schon so hat so ein ganz großes teil und dann kommt er auf die idee dass die doch jetzt mal noch vorher vor der beerdigung den sarg öffnen können und den mal den hosen schlitz aufmachen können und mal gucken wie groß das teil ist und das machen die dann auch aber gerade in dem moment kommt die fahrerin an und dann machen die so ganz ganz so so die tür auf und dann buff dann geht die so gegen die nase von der und dann dann kann die erst mal nicht die beerdigung abhalten da kommt dann auch der rettungswagen und alles und sagen die die beerdigung ist morgen aber da ist ja eigentlich schon die hochzeit gut dann schlafen die jetzt erst mal bei den angehörigen von den verstorben die haben echt so ein traumhaftes landhaus da würde man auch wirklich gern gern wohnen und da gibt es halt dann auch wieder so lauter verwicklungen weil da taucht noch so eine musikbloggerin und auf mit der der till dann so flirtet und das findet die lily dann wiederum nicht gut und die haut dann irgendwann auch ab und dann ist ja auch noch der 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 milan der will ja eigentlich kein sex haben aber der findet dann da eine frau die er wieder ganz toll findet und dann bekommt er aber kein hoch und nimmt dann potenzmittel dann hat er einen riesen ständer und läuft die ganze zeit mit so einem riesen ständer darum und dann bumsen die halt und das sieht man das ganze haus wackelt und so und dann bumsen die und bumsen und das dann irgendwann so fest dass das ganze bett zusammen bricht und und wieder dann ist wieder so totales chaos und das ist einfach so so lustig wieder so und vor allen dingen ist der ständer dann immer noch nicht weg und die drei männer die schlafen ihr dann in einem bett und dann hat er den ständer und dann ekeln die sich alle davor und so und das sind einfach so so tolle momente also da muss man ja auch erst mal drauf kommen auf so ein humor ja und das ist einfach schön und und da da lachen dann alle und die die familie von von dem verstorbenen die ist natürlich da nicht so begeistert aber es ist dann jetzt am ende wieder so dass sie ja dann am nächsten morgen zu der beerdigung müssen und die haben aber eigentlich keine zeit und dann dann versuchen die das alles schneller zu machen und dann laufen die mit dem sarg immer schneller ja und dann passiert was wo man überhaupt nicht dran denkt dann fällt denen der sarg runter und das ist auch wieder so eine sache aber die haben auch keine zeit mehr aber das auto ist weg die müssen jetzt zurück zur hochzeit und das hat aber die lilly weil die abgehauen ist und dann fahren die mit einem leichenwagen und dann geben die so richtig gas auf der straße und dann ist aber noch so ein problem plötzlich ist da auf der straße eine schafsherde und da kommen die nicht so einfach so durch und die machen aber die kommen einfach nicht weiter und dann haben die eine idee dann dann wiegen die halt so ab und dann fahren die übers feld und bleiben dann das stecken im matsch und dann versuchen die der till und so die versuchen dann das auto da irgendwie rauszudrücken dann drehen die reifen durch und dann ist der voll bespritzt mit schlamm und das ist ja der hochzeitsanzug so muss der jetzt zu der hochzeit und dann kommt aber im letzten augenblick dann doch die lilly mit der g klasse und sammelt die dann alle ein und fertig dann so verträgt wie die sind zur hochzeit und da bei der hochzeit das hat man aber schon vorher gesehen da ist auch wieder viel los weil die schwiegermütter sich gar nicht gut verstehen und dann macht gibt es irgendwie so eine riesen torten schlacht und auch die braut ist dann voller torte mit dem kleid und dann sehen die alle ganz verträgt und so naja lange rede wenig sinn also es ist so dass dann am ende doch noch alles gut wird und zwar auch für alle und das ist einfach eine schöne positive botschaft weil wir hören so viel negatives zeug in letzter zeit ist so eine schöne positive botschaft dass jedes töpfchen auch sein deckelchen findet und das ist in dem film einfach schön und ich muss sagen mir gefallen die bilder die der till schweiger da auf die leinwand zaubert weil ich die auch kenne so von instagram ich folge da total vielen leuten die auch so fotos machen von ihrem essen oder wenn die wandern gehen und von landschaften und blumen und so das finde ich gut aber ich kenne die auch noch von werbung so werbespots so für milch oder käse da gibt es auch immer so bilder und ich finde einfach schön dass bei till schweiger das dann so ist dass der halt die bilder auch dann auf der leinwand mal ein zeigt ja dass das ist auch toll oder ich musste auch daran denken es gab ja so diese schöne kampagne jetzt für von von julia klöckner die setzt sich ja immer viel für nestle ein und die hat ja so eine kampagne dorfkinder wo die somit so ganz tollen stock fotos gezeigt hat wie das leben auf dem dorf ist und so und da musste ich auch ganz häufig dran denken als ich jetzt den film gesehen habe was man sagen muss es gibt ganz viele schnitte und dann geht es immer hin und her und hin und her und so und manchmal ist es ein bisschen komisch das verwirrt ein dass dann so ein so ein hinterkopf zu sehen ist von jemand der eigentlich gar nicht da sitzt und so und es soll aber wirklich jetzt auch gar keine kritik sein ich finde es immer leicht zu meckern und da muss man sagen macht es erst mal besser also ich muss sagen ich könnte so einen film nicht machen und da muss man einfach erst mal selbst sich an der eigenen nase fassen und der til schweiger ist ja auch ein politischer mensch und der war jetzt kürzlich bei marcus lanz in der talkshow und da hat er auch gesagt dass so vieles mit deutschland einfach schief läuft und dass er sich auch wünscht dass er mal wieder die cdu wählen kann aber da müsste dann auch entweder der friedrich merz oder der wolfgang bosbach dann kanzlerkandidat sein weil die auch mattacheles reden und ich finde da hat er auch recht und das ist ja auch wichtig dass mattacheles gesprochen wird ich könnte mir auch als kanzler gut den dieter nur vorstellen weil der auch immer sagt was er denkt ja und das ist so wichtig dass man sagt was man denkt und dass man dann auch mal einen starken mann dort an der spitze des staates hat dass der sich in berlin mal um alles kümmert weil ich ehrlich gesagt hier mir so schön eingerichtet habt mit den kerzen und den decken und den kissen und so und ich habe wirklich keine lust jetzt immer die ganze zeit so von problemen zu hören was dann berlin alles schief geht und man hört so viel was alles so nicht stimmen dann hört man von flüchtlingen oder hier vom vom klima ja dann kommt immer die mit den zöpfen die dann sagt ja es ist alles so schlimm und so ja aber wir müssen auch nicht immer alles so negativ sehen und das ist halt dass das tolle an so filmen jetzt hier wie hochzeit dass man einfach mal positives sieht dass man schöne bilder sieht und dass man einfach mal den alltag vergisst beziehungsweise sich das anguckt und dann ein bisschen von dieser ganzen positiven kraft auch mit in den alltag nimmt und sich einfach auch so eine eigene til schweiger welt gestaltet das finde ich viel wichtiger als immer nur probleme zu sehen müssen wir auch mal auf das schöne schauen